So Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo. Mal schauen, was ich hier alles noch machen werde. Wahrscheinlich werde ich das später hochladen und dann vielleicht ein paar andere Rays noch mit reinschneiden. 18.45 oder 18.50 oder so ist hier, wie man schon sieht, ein Mutual Raid. Also da machen wir mit einer Gruppe. Müsst ihr bald ein paar hier alle eintreffen. Mal schauen. Ich dachte mir einfach mal, ich bin einfach mal viel zu früh da. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, wie man auch sagt. Und deshalb bin ich hier ein paar, keine Ahnung, 20, 15 Minuten früher hier. Ne, 25. Ich kann mal wieder nicht rechnen. Cool. 25 Minuten früher hier. Ja, das wollen wir uns hier gönnen können. Ich würde sagen, mache ich hier einen kurzen Cut, bis hier ein paar Leute da sind. Bis denne. Ja, wir sind jetzt beide bei dem Blauen drin. Ja, toll. Wow. Wir zwei Steine. Trotzdem noch genug da. Wow. Ja, wir sind leider bei Blauen drin. Dann geht raus, ich mache einen privaten Opa. Ja, okay. Der passt das nicht weg, falls ihr euch nicht schäbt. Da müsst ihr auch. Wo ist das? Wir machen es private. Wir machen es private. Warum sind das bei uns? Das ist die Blaue. Die gehen gerade raus, Freunde. Hey, wo ist er denn? Funktioniert bei mir, das liegt das nicht. Hä? Rein, rein, rein. Hey, wo denn? Nö, der Verlassen-Button-Code funktioniert gerade bei mir nicht. Hä? Ich bin schon wieder bei irgendeinem Blauen drin. Mit 13 Leuten. Ja, bei mir funktioniert der Verlassen-Button nicht. Ich glaube, mein ganzes Spiel hat sich gerade aufhört. Ja, dann muss ich da jetzt nicht. Einmal bitte rot. Ja. Einmal hier auf verlassen. Also da raus. Ja, bei mir funktioniert die ganze Sache gerade nicht. Ah, jetzt. So. Und dann bei private Gruppe. Und dann müsste man nach dem Code fragen. Ja, wo ist denn der? Also rote. Da, das rote. Das ist ja auch. Das ist gemischt. Oh. Achso. Dann müssen wir hier jetzt mit drin. Genau. Wir sind ja rot. Smepo? Ja. Private Gruppe. Smepo? Bisazan? Bisazan? Shiggy. Shiggy. Okay. Das wäre eine rote Sprüche. Das wäre eine rote Sprüche. Das wäre eine rote Sprüche. Blaue, das selbe. Ah, jetzt soll das funktionieren. Das darf die Neune sein, ne? Ja. Ja. Das darf einfach knacken. Mit neuen Spielern. Nein, ich werde mein empfohlenes Team einfach nutzen. So wie es jetzt. Die werden sowieso nicht. Das heißt einfach von Pflegis an. Von Pflegis. Ja. Bei mir sind aber auch vier Stück drin. Ja. Die vier. Nöt. Unsere Zeit ist noch gleich. Alles geplant. Na. Bei dir ist es schon da. Bei mir lebt es noch. Hat er drin? Ja. Hm. Na. Ah, jetzt. So, wenn es mit keiner Beschwerdung passt. Nein, nein, ich bin jetzt auch wieder drin. So. Pfff, jetzt spielt er bei mir überhaupt nur. Ah, jetzt. Pfff. Ja, ich hab halt kein Highspeed mehr. Ah, jetzt meinst du ein bisschen langsamer. Hoffentlich kann das jetzt eigentlich mal zum Anfang Spukball. Ich hasse das an Dorn tierwäsche rauszuspielen. Bisher hab ich kein einziges Mytho, was Spukball kann. Ist ja immer nur hier Donnerblitz oder was das war. Donner, Donnerschock, Eisstrahl, Psychokinese. Wirklich. In allen unterschiedlichen Scheiß, aber nicht Pukball. Aber alle haben Konfusion, alle haben Konfusion. Ja, mein Latios mit Solarstrahl. Das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach immer eine Attacke, die gar nicht für Latios typisch ist. Hä? Ja, mein Latios. Ist doch. Solarstrahl ist für, ähm, things good, normal für Latios. Ja, ist doch Drache-Typ, äh, Drache-Psycho. Ja. Latios ist Drache-Psycho. Ja, aber Solarstrahl ist eine Pflanzenattacke. Ja, mein Ho hat auch Solarstrahl, wo es die Feuer ist. Ja. Hier, Mewtwo mit Flammenwurf. Warum? Ja, kann man eines. Ist doch Spukball, der einfach noch mal. Kann man eines Despotar auch, also. Ich würde, das ist Spukball, der nicht Scheiß-Flammenwurf. Donner, blöd, ist der nächste Kandidat. Hast du alle deine Mewtwo's mit rein gehauen? Nee, nur zwei davon. Mein Bestes und, äh, das Wetterverstärkte war das Schlechte. Ja, aber das ist nur sogar Knacken. Das hilft noch nicht mal die Hälfte der Zeit vergangen und wir sind schon, ist schon fast tot. Echt? Blütenwirbel! Hey, warum kann dieses Bisa-Flor Blütenwirbel und nicht Solarstrahl? Hm? Mein, eines Bisa-Flor kann Blütenwirbel und nicht Solarstrahl. Ja, kann ich sogar lernen. Ich weiß nicht, du verstehst du denn... Nein, normalerweise hätte das Solarstrahl haben müssen, weil das ist eins aus dem Community-Day. Dann nicht Solarstrahl, Flora-Strahl-Tour. Meinige. Hast du es später oder so entwickelt? Ja, es kann vielleicht sein, dass ich es eine Minute später entwickelt habe. Voll gut, perfekt entwickelt. Nein, es ist fast tot und ich fliege natürlich raus. Ist das dein fucking Ernst? Ja. Schnell wieder rein. Rein. Schnell. Beine ist das gleiche. Hach, bei mir Start-Service. Oh, ich bin noch pünktlich reingekommen. Ist noch nicht tot. Nein, nicht. So, tot. Jetzt reicht es mir, ich benutze das WLAN hier. 2255 ist mein Bestes. Weiß nicht, wird er verstärkt, das muss man... Ja, aber ist trotzdem über 90% safe. Ja, komm schon. Zehn Bälle. Ja. Boah, ich hätte voll Bock auf einen Shiny-New-Tour, aber das ist einfach nicht drin, ey. Guck mal hier. Cool. Ja, der Ladeball ist auch weg. Ah, ne, jetzt ist er wieder da. Ah, jetzt. Comeback des Ladeballs. Mütter versus Mütter. Guck mal da. Jetzt ist es geschrumpft. Aber es hat noch volles Leben. Bug. Das ist halt so. Du willst gewonnen. Alter, wieso werfe ich immer den ersten Ball immer viel zu tief, ey? Ja. Wieder 600 Bonbons. Irgendwie werfe ich den ersten Ball immer viel zu tief. Ja, ich habe auch zehn Stück. Ja, bist du auch im selben Team, will ich? Ja. Ach. Insta-Catche ist nisch. 2230 hat man uns. Das ist auch gut. Ich bin mal wieder ein einfach fabelhaften Wurf. Ja, bitte nicht stören lassen. Es ist okay, wenn ich von da hinten mit Ihnen, mit dem Schloss ein Foto mache. Oh, Hannemose Kameralanzeiger. Nur wer möchte, wer nicht. Komm schon. Ja, ich muss weg. Ich komme in die Zeitung gar nicht mit einem Stück weg. Nur wer möchte, ich mache keine konkreten... Mann, fuck. Nein. Alter, warum bin ich hier so schlecht? Ich muss das fangen. Ich muss das fangen, ey. Mann, ich bin so schlecht. Ich muss das fangen. Ich sagte, ich muss das fangen, habe ich gesagt. Du scheiß Mewtwo. Großartig. Das muss jetzt sitzen. Das muss jetzt sitzen hier. Letzte Ball oder was? Nein. Vier Bälle noch, aber das ist... Das wird kritisch. Ja. Da komme ich immer Bauchschmerzen von. Wenn das immer so bei den letzten Bällen ist. Großartig. Eins. Ach, komm, fick dich doch. Fahr zur Hölle, das scheiß Mewtwo. Die Mutterhof, genau. Ich kriege auch einfach nicht mehr ein Verfahren aus. Das finde ich richtig nervig. Bin ich richtig leidend. Aber es wäre nicht leidend genug, wenn es eigentlich mal drin bleibt. Verdammt, das kriegt sie, ey. Das tut mir auch schon der Rücken weh, ey. Aus irgendeinem Grund. Na? Jetzt lässt sich Zeit mit dem Angriff. Ja, spring nicht so hässlich rum. Spring nicht. Stopp. Halt, stopp. Ich sollte euch aufzuspringen. Ich bin schon bei 10 Minuten und er... Ja, jetzt greift er an. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Trommelwirbel bitte. Ach komm, ey, du nervst doch. Letzter Ball jetzt. Eins. Zwei. Mist. Es war fast drinne. Vollbälle hab ich nicht. Letzter Ball. Trommelwirbel bitte. Fuck you. Drecksvieh. Na ja, ich hab eh noch... Haben wir eh noch ein Mewtwo-Rate für uns. Von daher. Und da setz ich sogar mal hin. So, nachdem der erste mal nie so gut lief. Gehen wir zum zweiten da hinten. Ich hab noch 14 Minuten, müssen wir uns ein bisschen beeilen, du. Nein, nicht. Ich will noch die Box-Up mitnehmen. Fangs. Jetzt kannst du weitergehen. Das war aber nur ein kurzes Video heute halt. Mit zwei Mewtwo-Rates. Oh, es hört sich nicht. Geht nur noch 13 Minuten. Sonst bei einer sind fast 14. Sonst bei einer sind fast 14. Das ist ja 19. Bei mir steht 20. Ja. Dann komm ich jetzt nicht mal rein, ne? Okay, dann müssen wir Gruppen teilen. Ich bin raus. Na dann, äh... Ich bin auch raus. Dann mach mal den private auf. Ich bin auch raus. Dann mach mal den private auf. Ich mach den private auf. Und das ist ja nicht mal rein. Ah, das ist Mr. Kempp bestimmt. Der kämmt sich durch bis zum Schlaf! Jetzt zeigst du das Gesicht dazu! Der kommt dazu! Der kommt dazu! Dieser Samshigimauti! Äh, der Sam... Taubli nicht Mauti! Taubli nicht Mauti! Mister, ich denk mir den Kot aus und kann mir keine 30 Sekunden merken! Nein, ich hab ihn ja selber selber! Er wurde mir jetzt zugereicht! Ich hab ihn ja nicht ausgedacht! Na ja, cool! 10 Sekunden noch so ein Kugel anfangen! Und jetzt tappen! Und dann fahr ich direkt raus! Ziemlich geil, wenn man erstmal mit dem Pokémon-Namen anfängt und dann mit Farben weitermacht! Neun 10 bei mir! Nein, um einen macht jetzt nicht viel Kohl! Wie dieser Samen-Blau für zu! Ah jetzt! Eben war ich noch in einem Ladebeton! Also, fangen wir gleich mit einem Ladebeton an! Und du gleich mit Lugia! Und du gleich mit Lugia! Und ich hab ihn ja... Was? Wie die Ligge! Ich hab's kaputt gemacht? Ja, ich hab's noch nicht voll heiß! Ach ja, nein, nein, nein! Vielleicht war ihr von... Äh, Bier! Ihr pumpt euch gegenseitig! Ja, aber was davor, was auch immer. Und hier ist es so richtig. Sind sie schief? Ja. Ich sollte, glaube ich, auch aufhören. Wenn man die Kontraste nimmt, wäre so schnell. Oh ja. Guck mal, scheinlich ist was aus. Ich hab da Pols und Milchhaus. Ja, hier. Fast zwölf Striche. Ja, zwölf Striche. Danke. Und jetzt kommt Lizzie. Ich will das so gut. Ja. Ja. Und ich hab mit ein... Zeigst das noch aus. Nein? Das hat 87 Prozent, ne? Das hätten wir noch, Tomi. Oh, das ist jetzt nicht schwer. Ja, danke. Das will ich nicht sagen. Okay. Also noch unter 30. Du hast jetzt nicht mehr meine Kokomon nachfüllen. Ja, ich glaub auch nicht. Ja, ich glaub auch nicht. Ja, jetzt sind noch 14 drin. Hallo? Ich hab irgendwie noch 14 drin. Was ist das denn? Oh, trotzdem schaffen wir nicht. Oh, so. Ohne zu wechseln. Und tot. Schmeiß, ja. Ja, morgen wären wir bei Level 3 gewesen. Ja, und dann... Dann soll ich das zusammen adden und ihr kommt beim gleichen Tag oder so. Ach, dann komm ich sicher lösen. Ja. Ach, 2.219. Oh, das geht jetzt aber grad nicht. 2.219 ist fast mein schlechtes ist natürlich. Natürlich das Beste fang ich natürlich nicht. Aber das hier fang ich jetzt bestimmt natürlich. Wäre typisch. Ich komm gleich nach Hause, Mutti. Ich mach jetzt nur noch kurz. Ich fang nur noch und dann komm ich nach Hause. Also, ihr wisst bescheiden, ich warte ein Kraft vorher bei euch alle. Und dann sag ich, Mutti, ich mach ein Ei an. Dafür müsste ich sie ja mal annehmen. Ne? Wolle? Ja. War diesmal nicht schon den ersten Ball verballern. Waaah! Ja, das gleich dann. Hey! Das ist mir egal, ich wollte dich nur erschrecken. Ja, das hat auch nicht geklappt. Nee, überhaupt nicht. Ah! Ey, du bist voll der Scheißerschrecker. Nein, nein. Nächstes Mal wird besser. Äh, Community Day, ne? Was hast du bei ihr gemacht? Wenn ich das nicht hatte, Stadttex zusammengefreut. Wie war es jetzt auch immer her? Wie viel hattest du? 9. Aber du hast ein bisschen mehr Schaden gemacht, schätze ich mal. Hm, kann sein. Ja. Eine WP mehr als das Fohlen. Ein WP mehr als vorher. Das hat 2.231. Mann, so safe. So close an... Einfach fabelhaft vorbei. Mann. Einfach fabelhaft. Zwei. Raus. Einmal raus. Was? Ich hab vorhin gerade das nicht geholt. Also die Hälfte spielt jetzt nicht raus, die ich hatte. Dann sehe ich halt einer. Oh Gott. Jetzt sind noch 28 Stunden alle die Hunde. Ach so. Oh. Auf geht's. Auf geht's. Also könnte uns passieren, dass ein Pokémon nachher wir weg sind. Ne. Ist jetzt maximal, falls du rausfehlen hast, du kannst es hier nicht lohnen. Ja, jetzt ist es drin. Ja, ich hab auch gefangen. Nein. Komm, die fangen hier meistens gleichzeitig zusammen, wa? Ja, wieso? Ja, ich hab meins aber auch. Das andere hast du nicht gefangen? Nein. Ach so. Dann mitte 98er. Hast du mir da nicht aus? Das war doch kürz. Ich war wieder mal so richtig schlecht. Das sag ich doch. Ist ja richtig scheiße. Hm. Ich guck jetzt noch mal nach der EV-Unterfahrung. So, dann bin ich auch wieder zuhause. Nach den zwei Mewtwo-Race. Wir haben ja zwei Stück gemacht. Ja, bin jetzt fitz und fertig. Und ja. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Und im Übrigen, ja. Eins gefangen. Eins nicht gefangen. Ja. Zudem. Und. Ja, wie sag ich. An die, die wollte das nochmal erklären. An die, die halt sich fragen. Eigentlich mal Mewtwo jetzt 3000er. Endlich. Ne, erinnert das nicht. Die fragen, warum ich seit neuestem jetzt. Mit mehreren Mewtwo-Rates auf einmal jetzt komme. Obwohl ich ja vorher immer nur selten welche bekommen habe. Und jetzt haue ich hier plötzlich mehrere raus. Weil ich bin jetzt halt. Für die es sich wissen. Also für die es sich interessiert auch. Ich bin jetzt seit neuestem halt eine WhatsApp-Gruppe. Mit über 200 Leuten. Und ja. Das werde ich halt. Das öfter mal hingewiesen worden. Raid ist. Und dann werden sie sich halt. Tragen uns halt da ein. Die da mitmachen. Und dann gehen wir da hin. Also es ist für mich viel einfacher jetzt. Bei einem Raid mitzumachen. Ja. Ist auf jeden Fall richtig nice. Und deshalb werde ich jetzt öfter nochmal. Mit ein paar Videos raushauen. Wo ich ein paar Mewtwo-Rates mache. Richtig nice auf jeden Fall. Sagt er. Wenn euch das gefällt. Könnt ihr wie gesagt ein Like da lassen. Und ja. Und wie gesagt. Bezüglich dessen. Die sich auch wundern. Dass auch plötzlich Rico dabei war. Ja. Der ist einfach. Unbewusst aufgetaucht. Ich dachte eigentlich. Er wollte eigentlich nicht. Zum. Zum. Schloss kommen. Aber dann ist er gut plötzlich da aufgetaucht. Keine Ahnung warum. Meine Haare sehen wieder aus wie Sau. Oh. 90er. Was da am Anfang war. 2255. Das ist mir leider gelieft. Richtig lame. Weil das war safe über 90. Richtig scheiße. Aber sonst ist es halt hier schon. 6 von 9. Ist okay. Also zwei Drittel von. Zwei Drittel der Mewtwo's. Hab ich gefangen. Weil ich sag. Es werden noch weitere Folgen. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja im Laufe des Monats. Noch ein Hunderter gefangen. Mal schauen. Aber bisher mein jetziges Bestes ist hier. 89. Muss ich kurz gucken. Was ist. Hier 89. Das ist bisher mein Bestes. Allerdings nicht vom BP Wert her. Das habe ich kaum gepowert. Mein erstes habe ich die ganze Zeit hier gepowert. Das hat hier über. Das jetzt hier 3000 erreicht hat. Ne. Was mach ich denn jetzt hier. Hoch. So. Das hier. Das hat 82%. Das ist mein erstes gewesen. Das hab ich bis 3000 hoch gepowert. Ja. Schön. Auf jeden Fall nice. Einen 3000er Mewtwo am Start zu haben. Und sonst wie gesagt. Wäre es noch richtig nice. Wenn ich diesen Monat noch ein Hunderter fange. Wie gesagt. Vielleicht. Fangen wir das zusammen in dem Video. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich sagen. Was euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Und ja. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.